Ich habe das vegetarische Dasein und das vegane Dasein schon ausprobiert. Dafür esse ich einfach zu gerne Fleisch. Mir ist es wichtig, dass ich einwandfreies Fleisch habe. Wo kommt das Fleisch her? Wie hat das Tier gelebt? Und das ist mir unwahrscheinlich wichtig, dass ich da auf hohe Qualität achte. Die Leute haben sich natürlich gewundert, warum kriegen wir jetzt einen Burger umsonst? Und was soll das hier alles? Und viel Verständnis und viele finden es toll und großartig. Die Industrie muss sich für Mutral einfach interessieren, weil das ist eine großartige Idee für alle, total einfach umsetzbar. Es muss ein Zusammenspiel sein und dann wird es mega.